willkommen zurück ja wir hatten gerade ein paar technische probleme erst hat sie den knopf die ganze zeit durch gedreht dann der ton will nicht ich heule warum passiert eigentlich so was immer mir tatsächlich jetzt ist gut wir haben kaum noch munition das wird lustige sache da kommen wir nicht lange die sachen aber eingesammelt ich würde sagen let's go unten gibt es ein geheimes labor das sind meine sachen und die medizin hoffentlich leck einmal hoch das das ist immer wohnen sondern das wäre ich nur ohne dich das haben wir auch schon gemacht mit das haben wir auch schon gemacht aus mir schon stelle aus ich war auch leben 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 ich wollte wissen ob der thorn okay ist oh scheiß und dreck danke wenn du mir schon wenn du mir schon sagt dass der ton nicht in ordnung ist da kannst du ja wenigstens sagen ob der thorn wieder in ordnung ist ja ganz nett wir müssen die medizin retten schnell das wird ja lustig nicht den rauch einatmen meine ich das nur dann sind wir ziemlich lahmarschig wenn du dich umbringen willst mach es bitte nachdem du den bernstein geliefert hast sie ist weg einfach verbrannt warum ist dir das so wichtig ich habe einiges wieder gut zu machen aber das geht jetzt nicht mehr das war's es gibt keine rettung mehr reiß dich zusammen luis stell sie her du kennst doch die formel vielleicht hast du recht alles was ich dazu brauche gibt es hier ich verspreche dir danach kriegst du den stein na gut dann los so eine kacke dass der gestorben ist ja oder dass er stirbt ich habe jetzt ein bisschen gespeichert für die leute die das spiel noch nicht gespielt haben aber ich kann wenn man sich das dlc anguckt haben die meisten das war entweder wahrscheinlich geguckt oder die alten teile gespielt ich will nicht ich will nicht was kommt denn noch alles ich weiß dass sie später ihren den schlüssel gibt für das wer bist du eigentlich das wirst du nicht wissen glaubt mir wenn du meinst ist mir ehrlich gesagt doch egal solange du mich hier rausholst wir geben mir den schlüssel an an ihren weiter mit der ja erstellen kann da ist eine kiste komme ich denn dahin danke ich habe doch hier eine kiste gesehen gold plättchen problem an der ganzen sache ist wir haben einfach kein keine munition mehr gar nicht überhaupt nicht na da warte ich habe den schlüssel wo ist er hin ich glaube ich habe ihn verloren ich glaube das ist mehr ein video dings als eine okay es wird nicht perfekt sein aber besser als nichts hört zu das hier brauche ich wenn es gut läuft kann ich so neue medizin herstellen uns bleibt nicht viel zeit wir sagen du das ich hole den bernstein wünscht mir glück was soll ich denn holen wir brauchen rote tinte goldene flasche und blauer schmetterling alle drei die liefern jeweils einen rohstoff der für die synthese des entwicklungs hermars benötigt wird die tinte einem mineral die wein eine hefe und die schuppen an den flügel des schmetterlings eine chemische substanz ich muss es nur extrahieren mit dem chemikalien die ich bei mir habe mischen das war's wir sehen uns später viel erfolg auch wohl oh jubba was ist denn mit ihm jetzt oh er macht die tier zu soll er dir also da unten zuerst zu gut bin da rein corazon 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 es geht doch ok da muss ich die tafel einfügen tafel nummer eins ich guck mal ob wir irgendwo einen hinweis darauf kriegen ok ich hab doch nicht gedacht dass das auch ein bisschen länger dauert ein waschbär muss wohl schicksal sein ich hab ja ja du hast genau das richtige hier für einen profi wie dich geben na eben einmal gucken herstellen äh was da kann ich nochmal was herstellen herstellen nein kann ich nicht ähm kann ich noch irgendwas wir haben glaube ich alles willkommen hab seltene wahre im angebot fremde ja die habe ich auch im grab dafür lasse ich einiges springen ach mein rücken bringt mich um die jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen wahrscheinlichkeit rotes kraut zu finden kaufen oh süß ich garantiere dir du wirst deine investition nicht bereuen die waffe wird großartig damit aussehen die waffe wird großartig damit aussehen das habe ich nicht immer vorrätig das ist mir egal ich weiß gar nicht wie ich die daran warum probierst du nicht meine neue waffe aus fremde könntet ihr das leben retten na dann viel spaß bei der zubereitung ich habe nur die feinste wahre im angebot fremde deine waffen sind ein probier mal kommen jederzeit wieder hier jetzt machen wir mal okay wir können nichts herstellen ähm wie kann ich das denn jetzt bewegen und so behörbe ich gar nicht so cool jetzt habe ich mir jetzt was gekauft was ich noch gar nicht brauche fantastisch fantastisch äh ach so die bräuzen wollte ich mal verkaufen weil ich brauche die ja eh nicht willkommen ähm wo bist du denn auch probier eine freude mit dir geschäft ich halte die augen nach waren offen die du äh koffer anpassen äh spiel speichern so hammer er hier einmal nachladen ok bleiben wir dabei Okay. Oh, das war ja einfach als gedacht. Das war viel einfacher als... Ja, hab ich mir gerade auch gedacht. Oh, du willst mich doch verarschen. Ich kann mich an die Ritter erinnern. Die Ritter bewegen sich. Oh, da ist noch einer. Ich kann mich an die Dings erinnern. Okay. Wenn jetzt bewegen... Das ist hoffentlich die Ritter noch nicht. Aber ich habe die Befürchtung, dass sie sich gleich irgendwann bewegen. Okay, ich kann da dann... Ich kann nicht erkennen, was das ist. Ah, ich kann mir... Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Methode an die Tinte zu kommen. Einfach schießen. Einfach schießen? Oh, fucking hell. Was soll ich... Ach so. Ähm. War das in chinesisch? Alter. Ah, okay, warte mal. Jetzt will ich doch verarschen. Ich kann nicht erkennen, was das für ein Zeichen sein soll. Ist das in der Mitte? Okay. 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 Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das für ein Zeichen ist. Was ist das denn für... Ich verstehe. Flügel ist es nicht. Groß und dann... Was? Groß? Nicht doof? Wie war denn der Tag? Beziehungsweise in der Wochenende. Hä? Eins ist das in der Mitte. Zwei ist... Das mit dem Engel kann ja nicht sein. Ach, ich bin doof. Das ist nicht das Symbol. Das ist damit gemeint. Muss man ja auch erstmal drauf kommen. Wo ist denn jetzt hier die Schublade aufgegangen? Yay, rote Tinte. Oh, jetzt kommt das, worauf ich gar keinen Bock habe. Ah, da kommt Leon. Oh, da kann ich mich dran erinnern. Da haben die sich beide unterhalten. Ich glaube, da habe ich noch gesagt, dass Ada da war. Ok. Nach sechs Jahren ist das also deine Begrüßung, Ada. Du wirst nicht überrascht. Interessant. Wenn du so oft näher stehst, nimm lieber das Messer. Gar nicht übel. Sie ist smooth. Für wen arbeitest du diesmal? Oh, Mittelaltermarkt, wie cool. Du weißt, ich bin verschwiegen. Vergiss sie. Ihr ist nicht zu helfen. Kehr einfach um. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns wieder. Und vielleicht bekommst du dann auch deine Begrüßung. Glaubst du, ich gebe so leicht auf? Klar. Lass uns dieses Gespräch ein andermal fortsetzen. Was war der Mittelaltermarkt denn wenigstens gut? War auch schon Ewigkeiten nicht mehr auf dem Mittelaltermarkt. Müsste ich auch mal wieder hin. Ich habe eine Blendgranate gefunden. Ich habe hier einfach keine Munition mehr. Ich weiß. Aber Mittelaltermarkt sind auch einfach cool. Und teuer. Vor allen Dingen. Sie sind doch mega teuer. Okay, warte mal. Leon ist jetzt auf dem Weg zu ihr. Das heißt, ich glaube, ich weiß, wo Leon lang ist. Oh, scheiße. Ich brauche die. Ich brauche die. Das wird jetzt lustig. Ding. 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 Das gleiche Symbol an Gong und Thor. Schwierig ist anders. Was ist das denn mit dem komischen Mechanismus? Kacke. Oh mein Gott. Die schwant mir nichts Gutes. Ja, mir auch nichts. Er nimmt sich sowas aus. Frage ist halt. Wir kommen hier wieder. Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Mach auf! Mach auf! Mach auf! Mach die Tür auf! Los! Los! Also, sagen wir mal so. Eh... ... ... ... ... ... Das war jetzt anders langsam. Aber ich war echt klein in den Eindruck von 8-9 fand ich etwas happig. War aber schon... Äh... War aber schon zu... Hmm... Ja gut. Darum finde ich tatsächlich okay. Kommt, glaube ich, auch immer darauf an, wie groß der... Wie groß der Markt ist. So... Was heißt denn klein? Jetzt zur zweiten Komponente. Oh nein. Oh Gott. Ich darf auch gegen die kämpfen. Okay, Leon hat noch nicht die... ... oder Ashley hat noch nicht die Dinger hier, äh... ... äh... ... äh... ... zum Leben erweckt. Da scheint irgendwas drauf zu gehören. Dann hat sich das doch gelohnt. Wenn es schön war und alles, dann hat sich das doch auf jeden Fall gelohnt. Okay, ich nehm's zurück. Okay... ... ähm... Ich hab die gehasst. Ich hab die einfach gehasst. Es bleibt die. Beeindruckt? Nee, ich bin nicht beeindruckt. Ich hasse die Digger. Ich hab die gehasst. Ich hab die auch im normalen Spiegel. Es waren 20 Stände. Eine kleine Bühne. 20 Stände. Ja gut, das ist nicht gerade sehr groß. Ich finde, mit den alten Märkten sind sowieso mittlerweile sehr teuer geworden. Oh, ich will nicht. Ich geh nicht lang. Ich muss dieses Jahr auch noch mal zum Mittelalter am Markt fahren. Ich hab keinen Schlüssel. Ich bin doof. Ich kaufe nie einen Schlüssel. Nie. War denn das Essen wenigstens gut oder hast du auf dem Mittelalter am Markt nix gegessen? Ich glaube, ich geh 80% der Zeit auf dem Mittelalter am Markt nur wegen dem Essen. Das Gleiche. Das Gleiche. Das Gleiche. Das Gleiche wie mit der. Das Gleiche. Das Gleiche. Ich muss nicht die Flasche wieder mitnehmen oder was? Oh mein Gott. Hi. ich kenne mir gerade schon so was läuft hier durch die gegend du mistvieh ich habe nur mit getrunken aber das geht ja auch noch mit geht ja auch noch ich bin zwar kein ich habe noch nie mitgetrunken weil ich kein fan von alkohol bin aber es geht ja eigentlich wenigstens kann er daher kommt wag es euch sich einer zu bewegen ich kriege paar aus wirklich kriege paar aus bei dem spiel ich finde das fanny die flasche sieht ein bisschen aus wie die flasche von eddie dem ich habe ich auch mein gott das wird ja lustig keine flasche ja klar ich das war cool Was ist das? Mistlich. Oh, 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 oh. Au. Ah, da kommt noch. Ah! Okay, jetzt reicht's mir. It's halt. Das geht kaputt, ey. Das ist noch ein Witz, ey. Meine Fresse, ey. Mein Gott. Okay, wie komme ich da jetzt rein? Äh, nee. Oh, ein Schachbrot. Ein elegantes Schachbrot. So, jetzt gehen wir da nochmal. Äh, einmal selber aufmachen. Oh, ja, ich muss was trinken. Ja, ich weiß, Glück. Sofort. Äh. Nee, warte mal. Äh. Nein, was? So. Verrauscht. Deswegen sollte man hier hinter nochmal gucken. Okay. Äh, Gold. Und hier ist, äh, die andere Farbe. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschööööö.